Hi Gameplay Jonas, ich bin Mark der BIMAG und wir spielen weiter Liga. Ich bin auswärts gegen FC Luzern. Ich habe noch ein wenig geschaut wegen neuen Spielern. Mal schauen ob etwas kommt. Sehen wir nachher gleich. Ui, da fliegt er fast um. Die Schnurren sogar. Ui, schau da, schau da, schau da, schau da. Und, und, ui, ui. Schau da. Ui, da kommt er noch getecklen. Freude herrscht, Freude herrscht. Wow. Zielinski. Komm da. Oh, das ist der Nächste. Uuuu. Das könnte gefährlich werden. Nichts, nichts, aber da. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Von Bergen wohnt sicher ein Gelb. Das ist mir gleich. Das ist mir gleich. Schau da. Perfekt. Perfekt. Und, und, und. Oh. Und, und, und. Oh. Suleimani. Ja. Das hat er nicht genommen. Und, 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 und. 2-0 für die E-Bäng. Schau da, schau da. Suleimani. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenposten und dann rein, das kann es eigentlich nicht. Uuuuuh, und fuck you! Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Den hat der Gelbi bekommen, oder? Zwei Berge. Der Schlingo. Jetzt wird's gefährlich. Wir passen den Ball gut, aber jetzt brauchen Sie mal eine überraschende Aktion. Oh, 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 ah, das war gar nichts. Aber der Vorberg ist der Käpt'n. Ich glaube, da gehen wir mal raus. Wir gehen mal gegen Ding. Wechseln. Die Gäste werden wechseln. Suleimani. Das könnte die Chance werden. Da kann er ihn stoppen. Uuuuh, da hat er sich. Uuuuh, da hat er sich. Komm 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 komm. Komm 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 komm. Komm 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 komm. Es gibt jetzt die Möglichkeit. Gut verteidigt hier. Komm 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 komm, wir wären denn? Oh, da kann ich die Tür auch nicht. Komm doch, komm, kommt er, kommt er, kommt er, kommt er, kommt er, kommt er, kommt und, und, oh, wegge. Perfekt, und, ah. Nein, was machst du? Oh, ich muss schiessen, komm, ah. Oh, aber da geht er nicht leiden, das schlägt nicht los. Komm, komm, komm. Komm, 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 oh, hey, Luta, Luta, und, und, und. Nein, warum kommt der andere nicht? Der andere Mann ja auch nicht in Säckl, das ist typisch, gut, wir müssen ja noch 2 in Führung geben. Komm, 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 komm. Ja. Es ist es, es ist es, es ist es, das ist nichts. Was ist das? Ja, Hauptzeit 2-0 in Führung. Sie müssen schneller spielen, dann können Sie die Defensive überraschen. Jetzt kommt er, wie es meint er. Jetzt kommt er da. Der Terminator. Uh, 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 Gali. Gali an fire. Oh, shit. Aber Gali, gut. Die Agenda ist wahrscheinlich immer noch verletzt. Komm, komm. Das interessiert mich doch nicht. Weisst du, ich komme irgendwie mit deutschen Bundesliga in der Schweiz. Das interessiert mich jetzt einfach nicht. Behinderten Scheiss. Wechsel zu leckerem Arsch. Und auch wenn es der DJ Bobo wäre, wäre es nur scheissegal. Salvator. Um, um. Ja, ja, ja. Und jetzt sind's noch 30 Minuten. Heimfort. Er hat sich ... Oh, forum. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Ja, ja. Gewonnen, 2-0. Der Weg Richtung der Schweizer Meisterschaft, Richtung Kübel. Der ist geäbt, zweimal gewonnen in der regulären Saison. Der FC Basel, wie wir es kennen, verliert immer. Diesmal gegen den FC Lausanne zu bohren. Naja, ob das eine solche Realität wäre... Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Tag. Euer Marc, euer Bi-Meg.